Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 593. Heute werfen wir einen Blick voraus auf den Royal Rumble 2024, die große Preview zur nächsten WWE-Großfahrten-Statum. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Kai, wie sieht's aus? Rumble-Feeling. Road to WrestleMania startet, kribbelt's schon. Ey, wirklich ganz, ganz toll. Auch gestern natürlich direkt geguckt, was sagt Rollins. Schafft das noch? Schafft das nicht? Das war ja sehr spannend. Habe jetzt natürlich auch schon mit Chris geschrieben, dann wird immer geplant, was für Snacks gibt es, was gibt es zu trinken, weil ich feiere ja wieder zu Chris, das wird auch sehr exquisit. Natürlich, da freue ich mich drauf und habe mir dann auch gestern Abend nochmal, habe ich so ein bisschen durch den YouTube-Kanal von WWE geklickt, die jetzt auch, glaube ich, im Livestream alle Rumble-Matches zeigen, was auch wild ist, aber habe dann auch die neue Numbers-Promo gesehen. Und ich finde es auch schön, wie du siehst, wie so im Verlauf der Jahre die Numbers-Promo von drei Minuten jetzt bei fast sechs Minuten gelandet ist, weil es immer mehr abzuhandeln gibt. Und jedes Mal, wenn ich diese Numbers-Promo dieses Video-Package dazu sehe, kriege ich so Bock auf den Rumble. Und das war auch gestern wieder der Fall. Also wirklich, ich bin ganz, ganz vorne drin im Hype-Train. Ja, man merkt auch, wenn man so auf den Discord schaut, also da ist die Stimmung ist gut und die Leute haben Lust auf den Royal Rumble. Ist die beste Zeit des Jahres. Rumble, immer ein guter Einstieg ins Wrestling-Jahr, ins WWE-Jahr. Natürlich Überraschungen. Die Road to WrestleMania nimmt Fahrt auf. Und man sieht jetzt ja auch, gerade aktuell, die großen Ankündigungen kommen dann auch noch dazu. WWE auf Netflix. Leider nicht in Deutschland. Aber ein großer Schritt, da werden wir dann im Magazin natürlich drüber sprechen. Markus wälzt schon Daten, Fakten, Informationen, rechnet alles aus, bildet Excel-Tabellen ab und ich weiß nicht, was noch alles. Also das gibt es dann am Freitag. Da musst du absichtlich ein bisschen Zeit gelassen, dass wir alles wirklich vernünftig aufarbeiten können und auch wirklich die Großanalyse dann dazu liefern können. Zusätzlich dazu natürlich haben wir aktuell diese Preview, die ihr gerade seht oder hört. Gibt es auch wie immer als Videotalk natürlich auf YouTube. Wenn ihr mögt, schreibt gerne mal auf YouTube dann auch eure Rumble-Sieger-Tipps dann hier in die Kommentare. Da bin ich mich sehr gespannt drauf. Es gibt ja so ein paar Favoriten, aber ich fände es auch spannend zu sehen, was denn so eure Außenseiter-Picks da werden, weil... Ah, Truth. Wäre auch nicht schlecht. Genau. Und ansonsten, wer noch so ein bisschen in Nostalgie schwelgen möchte, Mellor und ich haben diese Woche auch noch die Classic-Review hier auf Lager, nämlich zum Royal Rumble 2001. Was ein geiles Ding gewesen ist. Also muss man auch mal sagen, das hat nochmal richtig Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Ja, aber Kai, kommen wir gerade mal zum Royal Rumble 2024. Noch nicht ganz so viele Matches angekündigt. Vier an der Zahl. Letztes Jahr waren es auch nur fünf, muss man dazu sagen. Aber es gab ja auch noch, du hast es gerade schon angesprochen. Die Personalie ist Seth Rollins jetzt im Vorfeld. Ist er fit für WrestleMania? Wird der Titel vakantiert? Wir haben ja auch schon rumgesponnen. Vielleicht wird der Titel gar im Rumble ausgefochten. Alles nicht der Fall. Rollins wartet erst mal ab. Also wie fit er ist, quasi für WrestleMania. Hat sich das Innenband gerissen und den Meniskus auch. Muss aber nicht zwangsläufig operiert werden. Wie hast du die aktuelle Situation gesehen? Und dann ja auch die Titelherausforderung hier von Gunther. Ja, also ich war dann erst mal verwundert, was dann Gunther damit zu tun hat. In Anführungsstrichen, weil sind wir mal ehrlich, in unseren Köpfen ist natürlich jetzt gesetzt. WrestleMania Night Once hier im Punk gegen Rollins. Irgendwo, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Nichtsdestotrotz haben wir auch schon in mehreren Podcasts gesagt, lass ich mal Gunther den World Heavyweight Championship holen. Da hätten wir doch Bock drauf. Ich bin da jetzt mal sehr gespannt, wie man das ganze Ding löst, weil letztendlich war, also grundlegend, ich bin erst mal super froh, dass wir anscheinend doch einen fitten Rollins bei Mania kriegen. Das war so für mich mit das Wichtigste. Ja, halbwegs fitten zumindest, ja. Ja, so ein gegen Triple H fitten halt, ne? Genau. Also das ist ja auch okay. Und das hörst du ja auch häufig, ob das jetzt mal gut ist oder nicht für den Körper, ne? Aber das hörst du ja auch häufig dieses klassische, ja bis Mania wurde noch durchgezogen mit Verletzung und danach dann erstmal Pause. Ähm, mein Problem ist jetzt aktuell, wie man dieses Ding angeht, weil ich, ich möchte, ich will nicht, ich möchte, ich will auch, das wird auch ganz klar eingefordert, ich will Punk Rollins Main Event Night One, weil ich glaube, das ist auch ganz gut, weil Rollins wird jetzt ja eh erstmal nicht wrestlen natürlich mit dem Knie, aber wir haben auch gesehen, promomäßig geht da eine ganz schöne Menge. Also von daher bin ich komplett cool mit, lass Rollins dich schon, lass die beiden im Ring stehen, lass die talken, ist geil, wir ziehen meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass ich Gunther den Belt holt, also im Laufe dieses, dieses Jahres. Deswegen ist die Frage, wie löst man das, so enttront hat dann CM Punk. Ey, ganz ehrlich, fände ich auch super geil. Also hätte ich jetzt so vor, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt, dass Gunther CM Punk enttront. Und andererseits hast du halt auch immer noch Damien Priest dabei, der mit seinem Koffer spazieren geht. Also dafür, dass es eigentlich so klar war, noch vielleicht vor zwei Wochen sogar, ist es jetzt wieder ein bisschen durcheinander und man weiß nicht mehr genau, was passiert, was ja eigentlich immer viel besser ist. Das stimmt und du hast jetzt eine Personalie hier komplett außer Acht gelassen, das ist nämlich ein Cody. Mal angenommen, wir kriegen ja The Rock auch noch bei WrestleMania, The Rock gegen Roman Reigns, dann ist ja gerade der Platz von Cody so ein bisschen in der Luft, sage ich mal. Ich habe jetzt auch zuletzt Meldungen, teilweise nicht ganz so seriöser Seiten gesehen, wo dann aber auch die Idee eingeworfen worden ist, Mensch, man könnte ja auch CM Punk gegen Seth Rollins, gegen Cody machen. Die Fähne mit Cody hat man jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet, also die beiden Freunde sind ja nicht mehr ganz so freundschaftlich miteinander umgegangen, nach ihrer wirklich fantastischen Promo. Übrigens, wer die noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst nachholen. Die ist auch komplett auf YouTube übrigens zu sehen. Lohnt sich, also sehr, sehr intensiv. Da hat man auch eben sehr die, also die haben sich ja quasi gespiegelt so ein bisschen. Und weil dann auch Cody gesagt hat, weißt du, ich habe das gemacht, was du eigentlich immer in deiner Pipeline Pro machen wolltest. Ich bin eigentlich mehr CM Punk als du. Und dann hat er auch CM Punk gesagt, ja, weißt du, ich komme aus so einer Familie, war alles nicht so einfach. Eigentlich bin ich mehr American Nightmare als du, Cody, und American Dream als du. Genau. Wäre das auch eine Variante für dich? Ich meine, du hast es schon letztes Mal irgendwann im anderen Podcast gesagt, so alle zehn Jahre muss ein Triple Threat Match in einem Titelmatch bei WrestleMania her. Wäre das eine Variante? Ne, also weil ich sehe auch Rollins nicht im World Heavyweight Title Picture. Das ist noch ein bisschen dieses Problem, weil du meinst Cody? Cody meint es. Ja, Cody. Da wird ja jetzt seit zwei Jahren erzählt, der wird seine Story finishen, indem er den WWE-Belt gewinnt. Und wenn er sich dann jetzt den World Heavyweight-Belt holt oder da irgendwie mitspielt, das wäre super unpassend. Also das ist auch irgendwie Quatsch. Also ich verstehe natürlich, also auch da dieses Problem. Deswegen ist auch diese Road to WrestleMania extrem spannend, meiner Meinung nach. Weil The Rock sich wieder gedacht hat, wird mal wieder Zeit eigentlich auch für mich. Wie man das jetzt eben angeht und löst, ne? Weil das hat ja auch ein Punk in der Promo mit Cody gesagt, hier, ich gebe dir die komplette CM Punk Road to WrestleMania Experience. So, du carryst die Company für zwei Jahre und dann kurz vor WrestleMania, kurz vorm Ziel, kommt halt ein Allstar, der größer ist als du, der lange nicht mehr da war und nimmt dir deinen Spot weg. Ne, also das ist ja auch sehr passend, weil auch wenn dann CM Punk gesagt hat, ja, dieser Star bin ich, wo ich mir gedacht habe, ja, aber er hat eigentlich wirklich eins zu eins die CM Punk Experience, weil es auch bei ihm The Rock ist. Also mal schauen, aber ich brauche auch ein Cody dann wirklich nicht in einem World Heavyweight Title Picture, weil das ist auch nicht das, was uns die letzten zwei Jahre erzählt wurde und das fühlt sich dann ja noch mehr, noch anders nach Trost, Preis und Notlösung an. Ach, Gold ist Gold. Gold stinkt nicht. Sag das bei dem Cody. Ich bin gespannt. Es ist das Interessante an der Sache aktuell, dass du einfach viele Variablen hast, mit denen du spielen kannst und letztlich werden wir dann erst, vielleicht erste Klarheit erst beim Royal Rumble möglicherweise erfahren, wie es da ausgeht. Und viele weitere Geschichten werden dann erst auf der Road to WrestleMania wirklich aufgelöst werden. Und natürlich da auch, darf man nicht vergessen, wir haben auch noch Elimination Chamber No Escape am 24. Februar in Perth in Australien. Schon mal da die Ankündigung. Wir werden dazu auch wieder ein Live-Watch-Along machen. Da werden Kai und ich dann wieder hier vor der Glotze sitzen. Das ist beste, also nicht ganz beste Fersezeit, weil das ist vormittags quasi. Das ist, glaube ich, 11 Uhr oder 12 Uhr geht's los. Ich komm da schön rein mit Kelloggs, wie so ein kleiner Racker. Komm ich da, mach mir die Milch rein in meine Cine-Minis und statt, dass ich mir dann irgendwie Cartoons auf Kabel 1 anmache, mach ich mir dann eben Chamber in Perth an. Ja, genau so. Und dann schön noch im Schlafi, weißt du? Ich komm im Schlafanzug, mach ich wirklich. Ich komm in meinem Schalke-Schlafanzug. Sehr schön. Genau, aber das können wir schon mal sagen. Das machen wir dann wieder auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal. Das wird garantiert wieder eine Mords-Gaudi, wie man so schön sagt. Aber ich würde sagen, wir werden eh noch über einige Sachen hier diskutieren. Starten wir doch einfach mal mit dem Match-Rundown, weil es sind nur vier Matches. Das muss man dazu sagen. Deswegen ist ein bisschen Gequatsche drumherum auch angeraten. Vier Matches sind angekündigt. Wir starten gleich mal mit einem Rumble-Match hier in der Preview. Aber es ist das Rumble-Match der Frauen. Und bei beiden Rumbles sind ja bis jetzt relativ wenig Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen gelistet. Bei den Damen sind aktuell gelistet Bayley, Nia Jax, Becky Lynch, Bianca Belair, Maxine Dupree und Ivy Nile. So. Also noch weniger als bei den Männern. Jetzt ist die Frage, Kai. Also ich habe gerade das Gefühl, dass der Rumble der Frauen so ein bisschen unter die Räder gerät, auch im Hype um den Rumble der Männer. Wie geht es dir da bei dieser Geschichte? Auch da ist es, glaube ich, wieder wie alle Jahre. Und ich kann auch jetzt schon vorwegnehmen, was wir in der Review sagen werden. Du mach den Rumble da auf 20 runter. Man braucht keine 30, weil der Damen-Rumble ist auch gerade in den letzten Jahren, da wird immer mehr auch aufgefüllt. Und dieses klassische, ja, du bist drin für eine Minute, jetzt bist du wieder raus, weil wir brauchten halt jemanden für Nummer 19. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und auch hier, das sind natürlich noch lange nicht alle drin, die du auch im Roster hast. Ich glaube, man wird auch wieder relativ viele von NXT holen. Nikita Lyons vielleicht, würde man mit reinnehmen. Roxanne Perez vielleicht sogar. Also so einen Namen. Tiffany Stratton, wo du einfach sagst, hier, guck mal, wir präsentieren die mal. Und generell zu beiden Rumble-Matches, ich finde es gut, dass wir Stand jetzt, 24.11., kann sich auch noch alles ändern. Aber auch so. Ja, 11.11., war krass. Ich habe auf die Uhr geguckt und da stand 11, deswegen war ich verwundert. 24.1. Ich finde es auch erstmal gut, dass so wenige nur angekündigt sind. Weil wie oft hatten wir schon Rumbles, da können wir in der Preview sagen, jo, wir wissen jetzt 28 Leute, lass mal spekulieren, wer die letzten beiden sind. Also das war auch immer blöd. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass du das hier noch nicht so hast. Und du hast natürlich auch noch im Rost, wo ich gesagt habe, normal, dann wirst du noch Valhalla drin haben, du wirst noch eine Talia drin haben, du wirst eine Shayna Baszler und ne, also Zoe Starks. Da gibt es noch genug, die du aufzählen kannst. Letztendlich sind aber auch vielleicht hier gerade so die ersten, die du genannt hast, Maxine Dupree und Ivy Nile mal raus. Auch mit in Anführungsstrichen die interessantesten. Weil ich glaube, du hast jetzt auch gesehen, dieser Promo mit Bayley, Nia Jaxx und Becky Lynch, die ich gar nicht so schlecht fand, weil dann auch Becky Lynch meinte, ja, das Roster, das kann sich auf wenig einigen, aber die sind sich alle einig, dass sie dich nicht leiden können. So, die Hälfte davon hast du eh schon verletzt, was ich einen sehr schönen Seitenhieb fand, weil es einfach passend ist. Und es auch irgendwie stimmt auf eine Art. Deswegen, Nia Jaxx mag ich gar nicht. Ich tippe hier aber auch, was den Rumble Sieg bei den Damen angeht, auf Becky Lynch. Ja, das liegt eben auch einfach daran, dass man ja quasi mit Rhea schon hier so ein bisschen auch die Geschichte aufgebaut hat. Becky ist ganz klarer Favorit hier in der Runde. Natürlich hat sie die beiden großen Frauen hier noch vor sich mit Bianca Belair und Nia Jaxx und ich glaube, das werden auch die, das wird sozusagen der rote Faden sein, den wir hier haben. Das können wir mir vorstellen, dass vielleicht eine Bianca sehr früh reinkommt oder eben auch eine Becky sehr, sehr früh reinkommt und dann eben so einen langen Weg geht. Becky hat den Rumble schon mal gewonnen, Bianca hat den Rumble schon mal gewonnen. Nia Jaxx gewinnt den hoffentlich nie. Wollen wir nicht, ja. Genau. Aber die wird natürlich dann, ja, da wird man damit spielen, dass die den Rumble gewinnen könnte. Und ich glaube auch, dass die spät reinkommen wird und dann wirklich so als die Bedrohung dargestellt wird. Oh nein, alle dürfen gewinnen, nur nicht Nia Jaxx. Bailey noch mit dabei. Ich glaube, da wird man die Story um Damage Control weiter erzählen. Ich glaube, da wird es vielleicht sogar ein Zerwürfnis geben. Wir wissen nicht genau, ob vielleicht noch eine Asker mit im Rumble ist. Ist von aus zu gehen, dass die da eben auch noch mitmischt, wäre auch eine Favoritin natürlich. Aber ich glaube, dass es hier weitere Risse innerhalb von Damage Control geben wird. Favoritin ganz klar, Becky Lynch. Du hast gerade schon angesprochen, also wir haben hier viele Namen, die noch nicht genannt sind. Und du hast auch schon gerade Namen aus NXT angesprochen. Ich könnte mir gerade eine Tiffany Stratton vorstellen, dass man der hier wirklich eine längere Phase auch im Rumble gönnt. Lass die mal 20, 30 Minuten hier im Rumble sein. Und dann hat die da auch wirklich nochmal zusätzliches Standing gewonnen. Weil ich glaube, das ist eine... Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir die nach WrestleMania fest im Hauptroster sehen. Also dass das so ein großes Debüt bei Raw after Mania ist. Sagst du, die holen wir hier auch hoch. Dann ist die auch mit Ludwig Kaiser zusammen vielleicht in der Show. Da könnte ich ganz gut mit leben. Was siehst du hier für Chancen, für Überraschungen bei den Frauen-Rumble? Also ich bin auch mal so die Legenden durchgegangen. Also da gibt es ja leider bei den Frauen jetzt nicht so massiv viele, auch nicht so krasse Freelancer, die man reinholen könnte, wie jetzt beim Männer-Rumble zum Beispiel. So ein Brock Lesnar. Der ist kein Freelancer, aber der ist halt so ein Name, den bringst du halt rein und du kriegst sofort einen riesen Pop in der Halle. Hast du bei den Frauen nicht? Also klar, Lita, Trish und so, aber... Ja, wollte ich gerade sagen, du hast ja wieder die üblichen Verdächtigen, die wir jetzt aber auch, klingt zwar doof, aber auch schon dreimal, viermal hatten. Du hast Lita, du hast Trish, du hast Michelle McCool. Dann hast du vielleicht noch so die Riege darunter, eine Kelly Kelly oder so. Also quasi den ersten Damen-Rumble, ne? Ja. Ja. Also so wie es halt war, dann Molly Holly und keine Ahnung was. Also diese ganzen klassischen Namen, wo man sagt, yo, die war halt mal da, die war mal groß, die war mal Champion. Also das ist halt ein bisschen das Problem. Warst du da Best Phoenix? Ja, ich glaube jetzt nicht so. Ja, also deswegen, das ist halt wirklich so ein bisschen bitter, weil du eben nicht mehr diese großen Überraschungen hier bei den Frauen bringen kannst. Die hast du eigentlich alle schon gesehen, die sind alle schon abgefrühstückt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier die ein oder andere Legenden-Dame mit reinwirft. Aber zuletzt haben die jetzt auch nicht mehr die große Rolle gespielt, ne? Und Lita und Trish hatten auch letztes Jahr noch so ihren kleinen Run noch gehabt. Das wäre auch keine große Sensation mehr. Man würde sich freuen. Aber ich glaube, man sollte jetzt hier dieses Jahr vielleicht auch einfach stärker den Fokus wirklich auf das Main-Roster und die NXT-Stars werfen. Aber es tut mir so leid. Ich würde hier gern großartig schwadronieren, was hier passiert. Aber in diesem Rumble gibt es für mich relativ wenig Grundlage für die großen Spekulationen. Becky Lynch ist für mich wirklich ganz, ganz weit oben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Bianca Belair wird, weil ich glaube, die wird sich über Umwege, vielleicht über Elimination Chamber dann für einen Title-Shot qualifizieren. Nia Jax garantiert nicht. Alle anderen sehe ich nicht in der Rolle. Legende, die uns überrascht oder jemand, der noch nicht dabei ist, der uns überrascht, glaube ich auch nicht. Ich bin hier so, weiß ich nicht, sehr, sehr zurückhaltend, was die ganze Geschichte angeht. Wie geht's dir da? Ja. Ja, also ich sehe das genauso wie du. Also das ist ja auch das Problem der Damen-Rumble der letzten Jahre. Das klingt immer so hart, aber es fühlt sich ja teilweise wirklich wie Arbeit an. Also du hast dann so dieses, den halt den Rumble, der halt cool ist, weil es ein Rumble ist. Aber dann bist du so, ja, jetzt sind wir bei Nummer 7. Ja, okay. Und dann kommen ja auch so ganz viele Egalereien, die da auch irgendwie drin sind. Da passiert auch nicht wirklich was. Also ich hab jetzt mal geschaut, letztes Jahr war Zoe Stark 26 Minuten im Rumble, hat keine einzige Person eliminiert. Also ich kann mich daran erinnern, die hatte auch so ein paar coole Aktionen, aber die war halt einfach da. Und das ist das Problem häufig bei den Damen-Rumbles. Die sind einfach da und das war's. Und das ist das Problem. Du hast da auch wenig einen roten Faden drin, weil im Endeffekt jeder mal mit jedem gefehlt und jeder mal mit jedem getaggt hat. Aber nicht so, dass du sagst, da bleibt irgendwas hängen, weil auch das so ein bisschen egal war. Und einfach nur irgendein Programm um Programm zu haben. Aber auch hier dann, klar, dann wirst du auch noch einen Piper Niven drin haben. Du wirst eine Raquel Rodriguez drin haben, eine Selena Vega. Aber das ist alles so, ja, okay. Also das ist so das Ding. Da ist jetzt, glaube ich, wenig was emotionalisiert. Ja. Mal gucken, ob man es vielleicht da schafft, dass man zumindest eine kleine Geschichte erzählt. Also der Ivy Nile zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass man hier mit der auch einen längeren Weg geht. Und Maxine Dupree haben wir schon trainieren sehen, wie sie sich wieder zurück in den Ring zieht und solche Sachen. Also da kann man durchaus was machen. Ich weiß übrigens nicht, ob das Video auch eher kontraproduktiv war, um wieder zu zeigen, dass sie echt nicht in Ring-Shape ist. Also nicht Ring-Shape, aber wrestlerisch in Shape. Ach, ich finde das ja ganz lustig. Also von daher mal gucken, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, meine klare Favorit ist Becky Lynch und danach kommt erstmal lange nichts. Ja, bitte? Und was mit Naomi? Der Vertrag läuft, glaube ich, bis Ende Januar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die schon einen Ring-Freigraber hat. Andererseits hat TNA ja auch schon ein paar Mal mit WWE gemeinsame Sache gemacht. Wie ist ihr Titel los? Das wäre eine große Überraschung auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, die kam ja auch immer gut an, muss man dazu sagen. Also auch da mit der Musik und dem Entrance. Das wäre eine große Überraschung, die man bringen könnte, wenn sie vertraglich dazu in der Lage ist. Und da bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie lange der Vertrag von Trinity bei TNA läuft. Ja. Aber das wäre schon nett. Das wäre schon nett. Du kannst ja, mein Mickie James ist jetzt bei OVW gelandet. Die kannst du halt auch da mal wieder reinwerfen. Die würde aber auch keine Rolle spielen. Nee, natürlich. Was macht Liv morgen? Ist sie noch verletzt oder so? Gute Frage. Aus dem Knast ist sie raus. Da war sie ja auch nicht allzu lange. Das war ja auch alles gar kein Problem. Aber ich glaube, die ist tatsächlich noch verletzt. Aber klar, auch da eine Kandidatin, die man hier mit reinschmeißen könnte. Raquel Rodriguez natürlich auch. Ja, wie gesagt. Die hat ja auch noch eine Erkrankung gehabt. Weiß ich auch nicht genau, wie es da aussieht. Muss man abwarten. Aber das sind halt so die ... Aber das sind alles Namen, die jetzt keine große Rolle spielen. Die werden den Rumble nicht gewinnen oder sonst irgendwas. Nee. Die werden halt nettes Filmmaterial, wo man sagen würde, ach, guck mal, die ist wieder da. Genau. Und dann ist es das. Also, wir sind uns einig, Becky Lynch, klare Favoritin hier in der Runde. Jo. Gut. Dann machen wir mal weiter mit der übrigen Matchkarte. Es gibt ja nicht nur Rumble-Matches, sondern es gibt natürlich auch noch ein bisschen was drumherum. Zum Beispiel das Match um die WWE United States Championship zwischen Logan Paul und Kevin Owens. Und da geht es ja um die Faust. Und natürlich auch um die Championship. Kevin Owens hat ja hier die United States Championship No. 1 Contender Tournament-Geschichte gewonnen damals und sich damit für dieses Match qualifiziert. Und seitdem läuft diese ganze Geschichte hier, die Fäde zwischen den beiden, ja ganz gut hin und her. Ich mag die Interaktion der beiden. Ich finde es auch gut, dass man Logan Paul so ein bisschen mit Grayson Waller und Konsorten hier gepaart hat. Wie gefällt es dir und was erwartest du dir vom Match, Kai? Also, man spielt ja auch sehr hier mit der Hand von Kevin Owens, die sich jetzt ja auch schon seit ein paar Monaten durchzieht. Natürlich auch halt in der Fäde, auch wie du schon gesagt hast, auch mit Grayson Waller und Austin Theory. Das Ding hat man aufgegriffen. Das hat sich ja auch durch das US-Title-Tournament gezogen. Das ist ja ganz passend. Ja, Logan Paul wird ja auch natürlich wieder für Aufmerksamkeit sorgen durch Social-Media-Präsenz. Also, hat ja letztes Jahr diesen krassen Ricochet-Spot im Rumble. Jetzt hat er halt eben hier ein Einzelmatch. Man kann natürlich auch wieder sagen, jo, der ist jetzt Champion seit Anfang November. Verteidigt wird er auch eher nicht, der Belt. Das kann man natürlich kritisieren. Auch berechtigterweise, wenn man ehrlich ist. Aber auch da, also, mein Ziel ist so ein bisschen Logan Paul gegen LA Knight bei WrestleMania, wo sich dann LA Knight ein Belt holt von ihm. Ich glaube, das hier wird ein rundes Ding. Gegen Kevin Owens kann es da auch gut aussehen. Es würde mich wundern, wenn wir jetzt hier das erste schlechte Logan Paul Match sehen, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt aber auch nicht so super invested in diese Fäde. Weil es halt, also ja, du hast halt eine Fäde, ne? Aber die ist ja trotzdem recht basic, so in dem, wie sie ist. Logan Paul ist, Logan Paul ist eben frech. Er sagt, oh, hier, du verdienst es gar nicht, mit meinem Ring zu stehen. Ich bin ja viel besser als du. Dann gibt's mal Hinterrückungsangriffe. Dann kriegt mal der eine aufs Maul, dann kriegt mal der andere aufs Maul. Also, das ist vollkommen okay. Aber für so eine Midcard-Fäde passt das auch. Aber es dümpelt so ein, mit Schema F von Woche zu Woche, wenn man ehrlich ist. Mhm. Sehe ich ganz ähnlich. Ich finde das in Ordnung. Also, das ist vollkommen in Ordnung. So als Filler-Match. Du hast gerade hier die Hand angesprochen. Also, die gebrochene Hand von Kevin Owens. Auch das ist natürlich der Punkt, ne? Logan Paul mit seinem, was ist es, Titan? Oder was auch immer. Titan, ja. Wahrscheinlich ist es Kryptonit einfach. Was er hier, oder Adamantium noch besser. Was er da in seiner Hand eingebaut hat. Klar, aber ich finde, das ist eine solide erzählte Geschichte. Ehrlich gesagt, finde ich die Position von dem Kevin Owens hier schon ganz interessant. Weil letztes Jahr war er ja wirklich noch in der Main-Event-Fäde. Auch in Richtung WrestleMania. Und hat hier beim Rumble gegen Roman Reigns gekämpft. Jetzt hier ist er in der Midcard-Fäde. Solide, aber eben mehr auch nicht. Du hast gerade angesprochen. Du siehst hier Logan Paul gegen LA Knight bei WrestleMania. Wo siehst du eigentlich den Weg für den Kevin Owens? Weil ich sehe gerade keinen Platz für den. Außer man macht, hey, mal wieder ein Lighttime-Match um irgendeinen Titel. Boah, ja, das ist echt eine gute Frage. Weil ich sehe den jetzt auch nicht in einer größeren Fäde. Also das ist wieder so ein bisschen dieses Kevin Owens-Problem. Was er auch gegen Roman mal hatte. Der hatte jetzt natürlich dann dieses riesige Tag-Team-Match letztes Jahr bei Mania. Aber er ist häufig dann auch die Vorstufe. Bevor dann sein Gegner den richtigen Gegner kriegt. Das hatte man auch schon mit Roman dann eben. Wo es danach dann Sami Zayn gab. Und auch jetzt in meiner Fantasie ist es dann. Logan Paul hat jetzt Kevin Owens. Und danach kommt dann eben LA Knight. Würde ich mir jetzt wünschen. Und sonst, vielleicht ist er dann einfach in so einem Tech-Team-Match oder sowas. Also in diesem, nee, nicht dieses Scramble. Du weißt, was ich meine. Dieses WrestleMania-Showcase-Match oder wie es hieß. Wäre natürlich auch so ein bisschen heftiger Fall from Grace. Wenn du sagst, ich war vorher im Main-Event. Und jetzt bin ich in dem Lückenfüller-Ding hier. Aber einen anderen Platz sehe ich da jetzt auch nicht. Wir wissen ja auch noch nicht jetzt, was Gunther macht. Ist auch noch sehr Wildcard-mäßig. Bei mir kommt gleich, wenn wir zum Männer-Rumble kommen. Ich hoffe ja auch immer noch auf Gunther gegen Lesnar. Dass man das Ding mitnimmt. Deswegen sehe ich jetzt auch den IC-Belt nicht in einem Multi-Man-Match. Den US-Belt, wie gesagt, will ich auch in einem Singles-Match haben. Ich sehe da jetzt nicht so viel Platz für einen Kevin Owens auf der Kart. Tut mir zwar leid. Aber auch hier ist er dann so ein Stepping-Stone. Ja, so ein bisschen. Er ist dann so ein Farbtupfer auf der Kart, weil der gut ist. Und weil er auch andere gut aussehen lassen kann. Aber ich sehe auch gerade nicht so die große Rolle für ihn in Richtung WrestleMania. Das ist ganz, zumindest nicht die großen Matches. Da auf jeden Fall nicht. Und dann bist du halt irgendwo schon in der Mid-Kart angelangt. Schon krass eigentlich. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, hier das Match zwischen Logan Paul und Kevin Owens. Ich glaube, das wird gut funktionieren zwischen den beiden. Allein durch die gebrochene Hand hast du ja eine Geschichte, die du durch das gesamte Match ziehen kannst. Am Anfang kann sich vielleicht Kevin Owens da noch so ein bisschen erwehren. Logan Paul will natürlich auf die Hand gehen. Irgendwann kriegt er die Hand dann und nutzt dann alle möglichen fiesen Tricks, die das Repertoire so hergibt, um die Hand zu bearbeiten. Da wird drauf getreten. Da wird die eingeklemmt, gehebelt. Vielleicht gibt es dann sogar mal die Treppe drauf oder einen Stuhl. Und irgendwann bricht dann quasi KO aus. Und am Ende wird es dann aber wahrscheinlich trotzdem so sein, dass Logan Paul auf die eine oder andere Weise hier den Sieg davon trägt und auch die Titelverteidigung davon trägt. Deswegen, ich bin auch hier ganz bei dir. Titelverteidigung von Logan Paul wird hier kommen. Und jetzt ist meine Frage, lieber Kai, weil natürlich könnte ich jetzt sofort weitermachen mit dem 4-Way-Undisputed-WWE-Universal-Championship. Letztes Jahr war der Manor-Rumble nicht der Main-Event. Wie wird es denn dieses Jahr sein? Also letztes Jahr war es ja auch so, weil da haben wir ja die große Auflösung bekommen mit Kevin Owens und Sami Zayn. Der Sami Zayn, der sich dann gegen die Bloodline gestellt hat. Ich werfe jetzt mal hier so eine kleine Idee in den Raum. Jetzt mal angenommen, also diese Positionierung des Manor-Rumbles wird erst mal klar darüber Aufschluss geben, schon vorher, ob da noch was kommt. Weil ich sag mal, wenn wir diesen 4-Way zu guter Letzt bekommen, dann bin ich mir relativ sicher, dass hier The Rock auftaucht und den Sieger dieses Matches fordert. Oder? Ja, da gehe ich auch stark von aus. Deswegen, also was ist denn, passiert das oder passiert das nicht? Oder kriegen wir hier die klassische Anordnung, Opening Contest wird der Frauen-Rumble, dann machst du von mir aus Logan Paul gegen Kevin Owens, dann machst du den 4-Way, dann machst du den Manor-Rumble. Also eigentlich ist das auch so die Reihenfolge beim Kopf. Übrigens, ich muss ja noch mal, also ich weiß gar nicht, ob es eine unpopular Opinion ist. Ich kann das natürlich alles super verstehen und check auch Business-Sicht, bla bla bla. Aber jetzt nur so aus Fan-Foren-Sicht, finde ich das super nervig, dass The Rock da ist. Weil es halt wieder dieses Klassische ist, ein Part-Timer nimmt einen Spot weg. Natürlich finde ich es bei CM Punk super witzig und sage, er ist ein bester Mann. Aber ich finde, es hat sich jetzt ja wirklich über die letzten Jahre, eigentlich über das letzte Jahr abgezeichnet, dass es dieses Cody-Rematch mit Roman geben sollte. Und es ist eigentlich komplett für den Arsch, dass dann jetzt eben The Rock dann da ist und das ein bisschen über den Haufen geworfen wird. Unabhängig jetzt, ob ich Cody mag oder nicht, hat sich ja, muss ich sagen, auch zu Positiven entwickelt in den letzten Monaten und Jahren. Nichtsdestotrotz, es ist halt schon Kacke für den. Also dieses ganze Ding, dass man dann sagt, ja, du bist schon ein guter Arsch, wir mögen dich, aber es ist halt The Rock. Und nur weil es jetzt eben The Rock ist und nicht Brock Lesnar oder nicht Goldberg, sagen die Leute, hey, ist doch voll geil. Aber wäre es jetzt wieder Goldberg, wären alle so, ich hasse WWE. Also, da ist auch immer so ein bisschen viel Doppelmoral dabei, wenn man ehrlich ist. Ich kann es, wie gesagt, ich kann alles verstehen, macht auch ganz, ganz viel Sinn, auch aus Business-Sicht. Aber es ist schon irgendwie doof, also meiner Meinung nach. Ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, Mann, für mich ist The Rock gegen Roman ein Dream-Match. Charismamäßig, ja, jetzt im Ring, weiß ich nicht. Also trotzdem, das ist, wie du sagst, ist der Männer-Rumble das Main-Event, kommt The Rock nicht natürlich, ist der vorher das Main-Event, wird höchstwahrscheinlich The Rock kommen. Na gut, also, wie soll ich jetzt noch The Rock den Rumble gewinnen, verliere ich einfach jeglichen Glauben an alles. Aber ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Ich würde mir aber schon wünschen, dass hier der Männer-Rumble das Main-Event ist, weil ich finde, das gehört sich auch einfach so. Ja, letztes Jahr, da war es dann irgendwie diese geile emotionale Samy Zane-Geschichte. Aber ich finde, es fühlt sich falsch an, wenn der Männer-Rumble nicht das Main-Event ist, oder? Wie gesagt, du musst dann halt das entsprechend schwere Geschütze im Hintergrund haben, um das zu rechtfertigen, dass es nicht der Main-Event ist, muss man ganz klar so sagen. Aber, ähm, ich tue mich schwer, ich kann mir vorstellen, dass man das hier wieder dreht, aber es wäre dann eben auch ein eindeutiges Zeichen, natürlich. Oder man macht es trotzdem mit einer klassischen Reihenfolge, am Ende kommt trotzdem The Rock raus und sagt, ja gut, geh du mal, ich hab hier noch was mit dem Roman zu klären oder sonst irgendwas. Wäre aber auch irgendwie so ein Downer. Ähm, dann lass doch jetzt hier mal ganz kurz über das Match um die WWE Undisputed, äh, nein, um die Undisputed WWE Universal Championship sprechen, mein Gott. Roman Reigns, Stil-Verteidiger, trifft auf Randy Orton, trifft auf AJ Styles, trifft auf LA Knight. Also hier ordentlich Konkurrenz für den Tribal Chief, wir haben es in den vergangenen Wochen gesehen, da ging es ja auch mächtig hin und her. Auch ein bisschen Duck, Nick, Aldis, der ja hier auch der Bloodline das ein oder andere Schlüppchen geschlagen hat, wir haben gesehen, wie die Bloodline die Contenders zerstört hat, wir haben dann aber auch gesehen, wie die Bloodline, äh, ordentlich auf die Nase bekommen hat, wir haben auch gesehen, ähm, dass Nick Aldis und Roman Reigns wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde werden, ähm, und wir haben auch gesehen, dass, äh, offensichtlich der RKO hier, das Kryptonit, um das mal wieder aufzugreifen, gegen den Spear sein könnte und gegen, äh, auch alle anderen Teilnehmer. Hier ist Randy Orton hier der Favorit in dem Match, wenn es überhaupt einen Favoriten gibt. Ähm, ja, also der Favorit ist natürlich ganz klar Roman Reigns, also, unabhängig davon, ähm, und ich glaube halt schon, dass natürlich gerade auch ein AJ und Eleneid hier drin sein werden, um den Pin voll zu fressen, um dann eben Randy Orton zu schützen, natürlich, weil man sagt, oh, Roman gegen Randy ist noch dieses eine große Match. Auch da habe ich sehr viel Angst vor 30 Minuten Entrance und 30 Minuten sehr langsamen Wrestling, aber hey, das ist eine Sache für einen anderen Preview-Podcast, der noch kommen wird. Ähm, ich muss trotzdem erstmal sagen, weil ich habe es ja auch letztes Jahr mir häufig mal wieder gewünscht, dass wir mal wieder mehr Multiman-Matches um den Belt haben, weil wir hatten ja, also komischerweise hatten wir zum einen schon eine gut besetzte Main-Event-Riege, aber wir hatten auch eine ganz, ganz dünne Main-Event-Riege. Also, du weißt, was ich meine, glaube ich, wo du sagst, ja, die können da alle mal so mitspielen, aber so ernst davon nimmst du dann auch keinen, wenn er in so einem Match ist. Natürlich weißt du auch hier, wird Roman Reigns halt gewinnen, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, Mann, vielleicht gewinnt ja AJ Styles. Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Und höchstwahrscheinlich meine ich so zu 99 Prozent gewinnt er das nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist auch ganz gut für Roman Reigns, um mal diese klassische Reigns-Match-Formel zu brechen, dass wir nicht das nächste One-on-One haben, was 30 Minuten geht, wovon ja Leute auch langsam so ein bisschen gelangweilt sind, verständlicherweise. Deswegen finde ich es hier passend, gerade auch mit einem Ren, jeder immer hier und da einen RKO zünden kann. AJ, auch älter geworden, aber trotzdem bringt er eine gewisse Geschwindigkeit mit. L.A. Knight sorgt für die Pops, sind wir mal ehrlich. Hat sich auch im Ring verbessert, natürlich, ganz klar. Also, ich finde, das ist eine sehr schöne Mischung, mit der du da arbeiten kannst. Und es wird so ein Ding sein, dann gewinnt sogar vielleicht Randy, dann hast du wieder einen klassischen Solo und Jimmy Run in, dann ist noch Paul Heyman da, dann wird der Ref abgelenkt, dann gibt's hin und her. Und am Ende sagt Nick Oldes, ja, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Ähm, dann hätte Randy aber eigentlich gewonnen und dann kann er irgendwann nach Mania sagen, du weißt noch, bei Rumble, da hab ich dich ja fast besiegt, aber, ähm, so wird's laufen und dann macht halt Roman Spear und dann ist Ende. Ich glaub, das wird auch hier ganz schön chaotisch werden, ne? Du hast natürlich jetzt hier auch die Möglichkeiten, dass es nach draußen geht, dass es Eingriffe gibt, ähm, dass es ordentlich, äh, Chaos gibt, ähm, dass auch die Bloodline eingreifen kann, dass auch notfalls Nick Oldes kommen kann, um die Bloodline der Halle zu verweisen oder wie auch immer, ne? Also, da hast du ganz, ganz viele Möglichkeiten, um auch hier das Tempo wirklich in die ganze Geschichte reinzubringen, dass es eben nicht die 0815 Roman Reigns 30 Minuten Schnarch-Geschichte wird. Also, ich mochte die meisten Roman Reigns Titelverteidigung, ja, aber zuletzt hat sich's dann schon auch ein bisschen abgenutzt und ich kann's auch verstehen, dass es dann irgendwann ein bisschen zu viel gewesen ist, dass Leute das auch dann einfach irgendwann satt gehabt haben, das ist nun mal einfach so. Ähm, ich freu mich da trotzdem drauf, weil auch hier wieder, ähm, man wird natürlich damit spielen, Du hast hier drei Leute, also drei Contender, ähm, die allesamt den Titel wollen, ich geh auch davon aus, dass sie sich auch ordentlich mal zusammentun werden, ich kann mir sogar vorstellen, dass Roman Reigns hier die Triple Powerbomb zum Beispiel durch das Kommentatorenpult fressen wird, die wir hier schon gesehen haben. Ja, witzig, ja, witzig, ne, also rein so aus Nostalgie-Shield-Zeiten fände ich das eigentlich ganz nett, ähm, und dass sie dann quasi sagen, so, wir nehmen erstmal Roman Reigns hier raus, ne, der weiß lang genug Champion und wir, ähm, machen, äh, dann eben weiter hier, äh, unter uns quasi und machen das unter uns aus und das, das Match hat eigentlich alles für mich, dass das so ein 15, 20 Minuten Sprint werden kann mit einer guten Geschichte, mit Eingriffen, das darf auch ruhig Overbook sein von mir aus, das darf durchaus, äh, im Chaos enden und da sollen die Leute reinkommen, einfach damit du das auch Richtung Road to WrestleMania noch ein bisschen transportieren kannst, die Bloodline, äh, mit den Contendern hier, äh, lass die interagieren und dann hast du ein, hast du ein schönes Ding, ähm, was du dann, was du dann präsentieren kannst, aber ich glaube auch, dass Roman Reigns, ähm, hier den Titel ganz, ganz klar verteidigen wird, also der wird jetzt nicht, das werden sie nicht machen, so kurz vor WrestleMania und, ähm, hier, dass Randy Orton in dem Ding drin ist, Moment, du darfst auch gleich, dass Randy Orton hier in dem Ding mit drin ist und dass es ein 4-Way gewesen ist, ist ja auch aus dem Grund entstanden, dass man in Randy Orton gegen Roman Reigns Geld sieht und deswegen hat man sich für später aufgehoben quasi, das war ja auch schon so ein, so, äh, du wolltest was sagen, glaube ich. Achso, nee, eigentlich würde ich mal ein Mikrofon näher ranholen. Siehste, hätte mir hier kein YouTube-Video gemacht, hätte ich das nicht gesehen und ich hätte nicht drauf reagiert, aber egal. Also, jetzt dann mal hier Butter bei die Fische, sind wir hier schon wieder konform und sagen beide, es ist Roman Reigns? Yes. Das war ein spannendes Tippspiel übrigens auch auf kicktipp.de slash Headlockrunde, macht da noch mit, ähm, wir bewegen uns auch langsam Richtung Finale zu, also jetzt kann man langsam nicht mehr sagen, ich räume noch das Feld von hinten auf, also ich mach das garantiert nicht mehr, ich bin da relativ hinten dran, ähm, mal gucken. Ähm, ja, also beide tippen wir auf, auf Roman Reigns, ähm, und damit kommen wir dann zum Männer Rumble, der wird ja auch dann, äh, unmittelbaren Einfluss auf Roman Reigns haben. Bei den Männern sind, äh, einige Namen mehr angekündigt, wir haben es gerade schon angesprochen hier, ähm, Cody Rhodes, äh, CM Punk, Shinsuke Nakamura, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Gunther, Chad Gable, Otis, Akira Tosawa, Kofi Kingston und Damian Priest. Was hier auffällt, also wir nehmen den Podcast ja hier logischerweise vor Smackdown auf, wir haben nur einen Smackdown-Guy hier und alles andere ist ein, ist ein Raw Rumble bislang, Kai. Ja, weil Smackdown auch keine Rolle spielt im Endeffekt, ne, weil da ist das schon stacked mit Cody und mit Rock und mit Roman, ne. Aber Cody ist Raw. Ja, aber Cody sagt dann trotzdem, ich will halt Roman haben. Ja, aber das ist schon auffällig hier. Ja, ja, klar. Jetzt können wir mal drüber sprechen, also wir haben gerade schon die Gunther angesprochen. Welche Rolle siehst du für Gunther? Aufeinandertreffen mit Brock Lesnar. Ja. Vorbereitung für WrestleMania-Match. Ich glaube, die beiden, genau, die beiden werden sich irgendwie im Seil verkeilen und irgendjemand schmeißt sie dann raus, im Zweifelsfall Joe McIntyre oder sonst irgendjemand. Ja. Ich finde es halt interessant, dass man es diesmal gerade bei Männer Rumble so massiv gemacht hat, dass man die Favoriten wirklich extrem stark in den Fokus gerückt hat und dann auch die Rededuelle mit den Favoriten hier so stark ausgewalzt hat. Das mag ich eigentlich ganz gern, das haben wir in früheren Rumbles auch schon gesehen und ich glaube auch, dass hier diese großen Namen eine massive Rolle spielen werden. Ich rechne nicht damit, dass ein CM Punk jetzt hier eine Stunde geht, sondern der wird einer von den Favoriten sein, die dann zum späteren Zeitpunkt reinkommen. Beim Cody könnte ich mir das vorstellen, Gunther wird nicht wieder von vorne mit dabei sein, Drew McIntyre könnte ich mir vorstellen, dass du ja lange mit dabei bist. Was erwartest du hier für Überraschungen also für das Match? Also wir haben schon Brock Lesnar angesprochen, den sehen wir beide, den sehe ich auch. Was für Überraschungen kriegen wir noch? Also ich glaube, weniger als Überraschung, ich könnte mir vorstellen, dass Kalito noch einen Entrance kriegt, der immer so mal on office, dann ist er mal wieder bei Smack, dann hat er mal ein Match, dann wird sein Match wieder gecancelt. Also dass man Kalito hier mal rausschickt und ich glaube auch, da ist auch noch ganz viel so ein klassisches Roster, was wir auch kriegen. Ich glaube, es ist auch nicht, dass wir jetzt wie bei den Damen, wo man sagt, boah du, wir müssen mal irgendwie füllen, sondern du hast noch die Street Profits, du hast noch verschiedene Tag Teams, du hast ein, ich darf es endlich wieder sagen, du hast ein Pete Dunne. sowas zum Beispiel, vielleicht noch ein Xavier Woods, weil Kofi Kingston ist schon drin, also du hast auch noch ganz viel normales Roster, glaube ich, auch dann auch in diesem Match natürlich. Du kannst hier natürlich auch Geschichten weitererzählen, du hast gerade Xavier Woods und Kofi Kingston angesprochen, du kannst natürlich auch zum Beispiel Imperium gegen New Day hier weitererzählen. Also ich habe ja im Vorfeld so ein bisschen spekuliert, vielleicht sehen wir einen Big E wieder, aber der hat ja zuletzt nochmal ein Update gegeben, wo er gesagt hat, A, er will sich da nicht unter Druck setzen lassen und B, es gibt noch keine, ja, keinen Fahrplan quasi für seine Gesundheit. Ich glaube auch, wir werden vielleicht Kamelo Hayes nochmal drin haben im Rumble, dass man so ein Ding nimmt. Ich würde es ehrlich gesagt sogar cooler finden, sorry, aber wenn wir ein Trick Williams drin hätten, wenn dann irgendwie der ganze Joppy Cannafield Rube der Trick chanten würde, ich glaube, das hätte auch sehr viel. Sean Spears hat auch Zeit, der ganze Joppy Cannafield. Ich wollte auch gerade nochmal fragen, er hat jetzt ja auch selber getwittert, hier, at WWE oder at Rumble, keine Ahnung, Hashtag Ten, ich sagte ganz ehrlich, Gag würde ich mitnehmen. Also, ja, ich weiß, das war damals beim zweiten Mal dann irgendwie auch nicht mehr so geil, aber beim ersten Mal war es halt funny und, ne, es ist der Rumble und da bin ich auch ehrlich, oder wir wissen es beide, das wird einen heftigen Pop bekommen, sollte als Nummer 10 Ted Dillinger rauskommen, ne, also, von daher, wäre ein Gag, über den ich mich sehr, sehr freuen würde, ähm, ansonsten, ja, NXT Leute, auch da haben wir da vielleicht einen Braun Breaker, den man nochmal reinschmeißt, ähm, ich, ich persönlich, es wird natürlich nicht passieren, ich möchte es aber erwähnen, es wäre natürlich auch ein absolutes Träumchen, wenn Ilja drin wäre im Rumble, einmal Ilja gegen Gunther schon mal so als, als Kostprobe quasi, ja, ja, das ist aber die Sache, weil ich sehe dann Gunther schon auch verplant mit Lesnar, deswegen gehe ich jetzt nicht so von Ilja aus, aber das ist für, für, für unsere Fanherzen natürlich, dann da sowas zu sehen, ähm, was glaubst du denn, was so in Richtung Hall of Famer geht, wenn man da noch machen könnte, kriegen wir wieder ein Bukati, oder? Ich weiß, ich bin ehrlich, ich brauche mental gar nicht mehr so die, die, die Legenden, die man jetzt hier noch damit reinschmeißt. Ich nämlich auch, also ich hätte jetzt sogar lieber so ein paar NXT-Leute, die ich dann spaßig finde, als jetzt nochmal, aber es gibt eigentlich immer einen, so einen Spot. Ja, also ich, ich könnte mir aber auch ein paar andere Comebacks hier noch vorstellen, bevor wir vielleicht auch noch auf das, also Sami Zayn, wäre für mich noch ein Kandidat, den wir, den wir im Rumble sehen könnten. Also so Verletzungs-Comebacks, oder? Genau, und ich glaube auch, dass wir ein Andrade im Match sehen werden, da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Ja, stimmt, das hatten wir auch schon. Ich hasse Andrade so sehr, der ist so langweilig, der verd, ne, also ganz viele Leute verdienen Geld mit Kacke, und denen ich das nicht gönne, aber Andrade ist so langweilig, und machst so viel Geld damit, das ist so unfair, ne? Also wirklich, ach, das ist ja wieder, ne, also Triple H, wir lieben ihn natürlich, aber so Leute zurückholen, macht das mal nicht mehr. Also da hast du wirklich ganz viel Kacke an den Händen. Dann holst du die AOP und Karrion Cross und Hitro zurück, also, kannst du auch mich zurückholen. Aber verstehe ich nicht. Ja, was so Legenden angeht, da tue ich mich halt wirklich schwer mit, weil ich nicht so viele Leute sehe, die da jetzt nicht anderweitig verpflichtet sind, oder die jetzt da unbedingt mit dabei sein sollten, müssten, ne? Ja. Ich weiß nicht, fällt dir da jemand ein? Also ich hab da jetzt auch so, was die Gerüchteküche angeht, nicht so massiv viel gehört, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist dann, das klingt immer so hart, aber nochmal so ein abgehalfterter Hall of Famer, ne, wo du sagst so, ach ja, stimmt, witzig, ne, also so wie halt eben Bukati, oder, also, mir ist jemand eingefallen, der hat das ja bei Raw angedeutet, dass er vielleicht noch einen Match im Tank hätte. Ja, komm, ne, das machen wir auch mal nicht. Also, auch da glaube ich, es gibt den riesigsten Pop, den es geben könnte, ne? Pass auf, pass auf, und dann geht das Hulk Hogan Ding an, und dann kommt so Axelmania raus, also da könnte es Axel. So als Swerve würde ich mitnehmen. Ja, mal gucken, mal gucken. Also, mein Problem ist weniger, dass man Hulk Hogan in den Ring stellt, sondern ich frage mich immer, wie kriegt man Hulk Hogan wieder aus dem Ring raus? Also, ohne dass der sich zerbricht, oder sonst irgendwas. Also, ich meine, so klar, so, so, in den vergangenen Jahren, so, wer ist aktuell noch, wer ist aktuell noch frei? So, so Kevin Nash zum Beispiel, könntest du irgendwie bringen, vielleicht kannst du einen Kane bringen, oder sonst irgendwas, wenn die gerade Bock und Zeit haben. Ja, ja, stimmt, ja. Oder vielleicht auch Kurt Angle, weiß ich genau, wie fit der gerade ist, ne, ähm, aber, ja, wär halt, wär halt nice to have, aber dann, äh, dann mehr auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie fit, äh, oder wie es, wie es zum Beispiel um, äh, Rey Mysterio aussieht, was seine Knieverletzung macht. Ich denke aber, das wird, das wird wahrscheinlich knapp werden, vielleicht für so einen Rumble-Einsatz, aber, hm, glaube ich auch. Schwierig. Dudley Boys, ja, kannst du vielleicht noch mal mitnehmen, aber das ist jetzt auch kein großer, kein großer Punkt, ne, ich scrolle hier gerade so ein bisschen durch das Roster durch, ähm, tu ich mir ein bisschen schwer mit, sondern ich würde, ich würde tatsächlich gerne da noch mal ein paar Leute von, von NXT sehen, äh, wir hatten auch einen, äh, YouTube-Kommentar hier von dem Kollegen, äh, Studio Record Kosovo, der gemeint hat, stellt euch mal vor, der Undertaker kommt als Biker-Taker im Rumble. Bitte nicht. Herr Taker, lassen Sie es einfach sein, wir bitten Sie. Das möchte ich auch nicht sehen, also der ist ja schon beim letzten Mal nicht richtig rund gegangen und auch da wieder die Frage, das entzaubert ihn halt noch mehr, finde ich, also wenn er dann jetzt, Er ist doch jetzt auch retired, also, ja, zum achten Mal, aber, ne, jetzt mach mal nicht mehr, bitte, ne, also, ja, aber ich glaube auch, dass wir auch in The Rock nicht im Rumble sehen werden. Das wäre halt noch eine Möglichkeit. Also, das wäre noch so mein, 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 mein Pick, dass man das noch machen kann, aber dem, dem Rocky hier, dem, äh, wie heißt es hier, Vorstandsmitglied von TKO, The Rock, äh, gleich noch den Rumble-Sieg hier auf den Rücken zu stellen. Also, wir haben schon oft davon gesprochen, so, ha, eigentlich braucht das Match Roman Reigns gegen The Rock, braucht keinen Titel. Also, seien wir ehrlich, das braucht dann einen Rumble-Sieg eigentlich erst recht nicht. Ja, also, und was man ja auch sagen muss, ich habe jetzt nicht, also, ich habe jetzt nicht den Markus gemacht und jetzt genau nachgeforscht, aber ich finde jetzt so, allein aus meiner Erinnerung heraus, hatten wir jetzt auch in den letzten Jahren sehr viele Sieger, so ab Nummer 25 oder sowas, ne? Also, dann hast du irgendwie Lesnar mit der 30, ich glaube auch Cody war die 30 oder sowas. Das ist auch so ein bisschen, ich hätte auch mal nichts, wenn das so einer von Nummer 15 aus gewinnt. Weil auch hier, glaube ich, ich tende immer noch dazu, dass Punk gewinnt und dann auch Punk wird nicht als Nummer 4 rauskommen, ne? Ich glaube, das ist auch wieder so Sieg ab Nummer 25. Ja. Und ich finde das ist immer so, ich weiß nicht, hat manchmal so einen komischen Beigeschmack, wenn man das so häufig macht. Ja, die letzten zwei waren tatsächlich die 30, also das war Lesnar und Cody. Davor war es aber Nummer 1, also das war, und das war Edge. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Ich weiß, was du meinst, ja, ja. Zedda mitspielt, entweder geht jemand all the way oder es ist halt der Letzte, der jetzt rauskommt. Ja, und davor war es Drew McIntyre, der war 16. Aber gucken wir mal, wie sie das, wie sie das aufdröseln. Also machen wir die Nummer 30 soll es auf jeden Fall nicht sein, weil dann ist auch der Effekt langsam vorbei. Also wir sind uns einig, wir hätten beide gerne Konfrontation mit Gunther und Brock Lesnar, der quasi die Geschichte Richtung WrestleMania hier aufbaut. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich will auch einen One-on-One-Cody gegen CM Punk in irgendeiner Art und Weise sehen. Du hast gerade aufgezeigt, oder hast du wieder das Mikrofon zu rechnen? Ja, nee, war das mit einer Carmella? Im Männer Rumble? Im Männer Rumble, ja, auch. Ich glaube, die ist gerade lieber Mama. Ah, okay. Glaube ich. Ja, was sind noch so Konfrontationen, Paarungen, die du hier im Rumble sehen wollen würdest? Ich glaube, man macht was, oh man, das wäre natürlich Verschwendung von Spots, aber ich glaube, man macht vielleicht was mit Testament und The Pride, oder wie sie heißen, dass man das so ein bisschen mitnimmt, um da auch nochmal so eine Fäde mit reinzubringen. Ich weiß jetzt nicht, ob man Pretty Deadly und, haben sie eigentlich einen Namen? Ist es schon Mustach Mountain? Ist es British Strong Style? Das sind einfach nur unsere Jungs aus UK mit Pete Dunne und Tyler The Bed, ob man da was mitmacht, weil wir haben jetzt auch viel häufig so ein paar Tech-Team-Fäden, wie du schon gesagt hast, mit New Day gegen Imperium. Ja, ansonsten, was sind noch so Einzelfäden, die man mitnehmen könnte? Ich habe noch eine Frage an dich, für einen Teilnehmer auch, den wir lange nicht mehr gesehen haben, weil es ist natürlich auch immer der Punkt, dass wir im Rumble gerne so einen Riesenspot haben. Wir wissen nicht, ich wollte gerade sagen, wir wissen nicht genau, wie es um Omis steht, der soll ja gepackaged werden, wie ich das zuletzt mal gelesen habe. Ich weiß auch nicht genau, wie es um den Gesundheitszustand eines Braun Strowman zum Beispiel steht. Ja, aber hattest du nicht letztens gesagt, der hatte irgendwie noch, hat der denn nicht irgendwie eine OP? Der hatte einen Nacken, einen Neckfusion. Einen Neckfusion, genau. Ja, auch da natürlich ein bisschen schwierig, so mit Neckfusion-Surgery, da bist du ja erst mal ein bisschen länger raus, weil du ja recht wenig machen kannst. Sagst du dann, okay, Projekt Omis ist gescheitert, schmeißt du einen Oberfemi rein? Ja, wer weiß, nee, ich glaube nicht, dass man den schon reinschmeißt. Also, gerade so für den Giants-Spot natürlich. Ja, eigentlich brauchst du dieses klassische zehn Mann schlagen auf einen, einer macht so, da bin ich wieder. Also, die Neckfusion von Braun Strowman, ja gut, das war im Sommer letzten Jahres, also der wird noch nicht wieder fit sein. Ja, kann ich aber Mühe geben. Aber Omis kann ich mir vorstellen. Rollins macht das doch auch. Das stimmt, aber Neckfusion und Knie-OP sind schon zwei Paar Schuhe. Nee, ich glaube, den werden wir aber nicht sehen. Omis könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht dann mit einem neuen Gimmick. Vielleicht wird er doch eine Riesenlinie. Weißt du noch? Und dann kommt Akira Torsawa und sagt so, Moment mal, den kenne ich doch. Genau. Alles ist möglich im Royal Rumble, sage ich dir. Aber ich glaube wirklich, dass man jetzt auch so häufig Verwebungen hat von verschiedenen Talents, ne? Also wer weiß, vielleicht ist da auch noch irgendwas mit Bronson Reed, Jey Uso zum Beispiel. Genau. Noch was mit Ivar, dass man das noch mit reinnimmt. Also kann ich mir auch vorstellen, dass man so diese ganzen mit Undercard, wenn man jetzt böse ist, Fäden irgendwie aufgreift. Halte ich jetzt auch nicht für unwahrscheinlich. Kann man ja auch gut machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht auch im Rumble das erste oder das Bruder aufeinandertreffen bekommen, Jey Uso gegen Jimmy Uso. Oh, das wäre auch, das wäre sehr cool sogar, ja. Das würde ich nehmen. Ist halt die Frage, ob man die Bloodline da auch noch mal mit reinsteckt. Steckst du Solo-Sikor mit rein, damit er, ja dann kann sich ja bei WrestleMania hinlegen, wenn er das Ding gewinnt oder so, wenn der Tribal Chief das sagt. Aber das ist halt auch so ein Punkt, dann baust du dich noch hier mit ein. Lande vielleicht noch einer von den Contendern hier, also Randy Orton, LA Knight, AJ Styles, lande die noch mal im Match, fände ich doof, aber ist auch eine Möglichkeit. Finale Frage hier zu dem Männer-Rumble, aber lieber Kai, ist natürlich der Punkt. Wer sind denn die Final Four? Cody, CM Punk, ich glaube auch ein Drew McIntyre, könnte ich mir vorstellen, dass man das auch noch nutzt. Shane McMahon. Damien Priest, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ist mit dem? Ja, weil der hat auch seinen Koffer, der soll auch mal keinen Platz wegnehmen. Wenn er rausfliegt, nimmt er ja keinen Platz weg. Ja doch, weil wenn er halt rausfliegt, der hätte ja ein anderer cooler drin sein können. Aber der ist ja dabei. Ja, ich weiß, das ist ja das Problem. Das wäre mir jetzt nicht mehr, also ich kann mir schon vorstellen, dass man den auch hier nochmal präsentieren kann, weil auch da wieder, der braucht auch noch ein bisschen Kredibilität. Natürlich würde man da auch so ein bisschen die Gäckigkeit mit Art Truth noch mit reinbringen und dem Judgment, das ist übrigens auch noch eine Geschichte, die ich dann im Rumble-Match erwarte. Wahrscheinlich darf dann Art Truth... Auch das können ja nochmal fünf weitere Spots sein. Wenn du sagst, du hast noch Art Truth, du hast noch JD, du hast noch Dominik, du hast noch Finn, also vier weitere Spots. Tom und Nick, natürlich, das sind zwei Spots direkt. Stimmt. Tom und Nick, Entschuldigung. Das wäre mega witzig. Ach Mann, wenn man das aufgreifen würde, wenn einfach Tom und Nick Mysterio rauskommen. Ja, so die Three Faces of Foley, die Three Faces of Dominik. Ja. Fände ich auch ganz witzig. Nee, aber ich glaube, dass Damien Priest hier auch unter den letzten Vieren sein wird. Echt? Gunther glaube ich zum Beispiel nicht. Ja, ich glaube Gunther nicht. Ich glaube Gunther, der wird schon vorher rausgekegelt werden. Ja, mit Lesnar. Die machen da ihr Ding. Ja, das wird so der mit Kart großes Spot sein. Weißt du, Gunther dominiert erst mal, der verhaut dann, lassen die Alpha Academy verkloppen und den New Day oder sonst irgendwas. Dann schmeißt ja alle raus. Auch da, dann gibt da nochmal kurz aufeinandertreffen zwischen Chad Gable und Gunther. So for all time's sake. Ja, und vielleicht auch, also natürlich als Wunschtraum, man lässt Imperium ganz imposant und ganz dominant erst mal dastehen und dann kommt halt eben Brock Lesnar rein, schmeißt Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci raus und dann gibt's das große Face-Off zwischen den beiden. Es wäre natürlich, können wir sagen, man hat Kaiser und Vinci geopfert, aber dafür sind sie ja da. Genau, und for the greater good sozusagen. Also wenn dann Gunther und Lesnar dann daraus resultiert und die bekommen dann einen großen Spot, kann ich geil, würde ich nehmen. Ja. Man kann doch schon viele kleine Sachen aufgreifen, merke ich gerade. Ja. Habe ich Bock auf den Rumble jetzt? Ich will gar nicht mehr abwarten. Können wir jetzt nicht Wochenende haben und ich kann rum, fahr zu Chris? Ja, Pizzaschnecken und so. Ja, Pizzaschnecken, gute Laune Cola und den Rumble. So nenne ich Chris auch immer, meine kleine Pizzaschnecke. Ähm, so, also was ist denn jetzt hier unser Pick ist, Cody, CM Punk, Drew McIntyre, wer wird's? CM Punk. Ich gehe, The Rock soll abhauen. Ich gehe all the way mit CM Punk. Hol ihn heim. Cody hat, also so Back-to-Back zwei Rumble-Siege wäre auch krass. Och, ich, ich, ich tue mich echt schwer. Also ich hätte, also noch vorgestern hätte ich wahrscheinlich gesagt, es wird Cody. Ich gehe jetzt mal mit CM Punk mit. Ich gehe jetzt mal mit CM Punk mit, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass mal Cody zwei Rumble-Siege in Folge gibt. Das wäre schon, äh, das wäre eine absolute Seltenheit. Natürlich wäre das wäre, äh, schon was Krasses und ich glaube nicht, dass man es dieses Jahr machen wird. Ich glaube, der wird sich über, über einen anderen Weg, äh, noch in das Title-Match rein sneaken, sozusagen. Gucken wir mal. Aber, Kai, ich glaube, was wir sagen können, es bleibt spannend. Es bleibt definitiv spannend. Ich bin jetzt auch direkt ins Tippspiel gegangen und habe auch direkt CM Punk eingeloggt, weil ich vollstes Vertrauen in den Mann habe. Mal gucken. Nicht, dass der sich dann gleich wieder verletzt oder sonst irgendwas. Please don't. Im Rumble ist. Mal gucken auch, sehen wir, was für einer Shaper ist, Also wir haben die Bilder von, äh, der Madison Square Garden Show zwischen Weihnachten und Neujahr gesehen. Da war er so mit unten vor. So ein dicken ist das doch, das hier im Punk. Ja, der hat ja halt ein bisschen, ein bisschen viel Videospiele gespielt, so. Ja, wie ein Lebkuchen und nicht die Pepsi Zero getrunken, sondern die, die Vollzucker Pepsi. Ja, aber ich glaube, ich glaube, der wird jetzt die letzten vier Wochen ordentlich angezogen haben, dass der fit ist und dass er hier entsprechende Leistung bringen kann. Nee, aber es bleibt auf jeden Fall spannend und, äh, wir sind dann natürlich mit dabei. Wir werden nochmal, im Magazin über die aktuellen Entwicklungen sprechen, auf Patreon Steady, da gerne vorbeischauen und dann geht's hier am Sonntag, wenn der Kai dann vom Christ wieder zurück ist. Da geht's dann ran an die Review und da freue ich mich auch schon drauf, dann da drüber zu sprechen. Das wird nämlich was Gutes werden und, ja, Überraschungen stehen an, der Rumble steht an, die Road to WrestleMania steht vor der Tür. Ähm, beste Zeit, um nicht nur, äh, Wrestling und WWE sich, äh, zu gönnen, sondern sich um vielleicht auch, um sich nochmal die Bonusinhalte bei Patreon und Steady zu gönnen bei uns. Da freuen wir uns dann auch sehr drüber. Kai, hast du noch finale Worte hier Richtung Royal Rumble und Richtung Wochenende? Volles Vertrauen in CM Punk. Absolut. Ich bin, bin da, bin da überzeugt, ich bin da jünger, der macht das. Aber, aber die Haare abrasieren, bitte. Und dann, dann Hand auf den Fernseher legen und, und dann, dann Allegiance plätschen. Genau das. Anders geht's nicht, Kai, anders geht's nicht. Nee, aber dann sind wir jetzt an der Stelle durch mit der Preview zum Royal Rumble. Die Review gibt's dann am Sonntag in der alter Frische. Ich freu mich drauf und sag an der Stelle, vergesst das Tippspiel nicht und wir hören uns am Sonntag hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.